Hallo, heute möchte ich euch gerne die Raupe des großen Frostspanners vorstellen. Er gehört zur Familie der Spanner und ist ein Forstschädling. Befallen werden zum Beispiel Eichen, Buchen, Linden, Birken und verschiedene Obstbäume. Er sieht dem kleinen Frostspanner sehr ähnlich, wie auf dem Bild und in einem meiner früheren Videos über den kleinen Frostspanner zu sehen, unterscheiden sie sich farblich einzig sehr stark. Diesen kleinen Vertreter habe ich am 5. Mai an einer Trauerweide gefunden. Über das Alter lässt sich nur spekulieren. Die Raupen sind zu finden von April bis Juni. Die Flugzeit des großen Frostspanners ist ab Ende September. Wie hier auf dem Bild zu sehen, die Männchen sind flugfähig und wie bei einem kleinen Frostspanner sind die Weibchen auch ohne Flügel und können dementsprechend nicht fliegen. Wie hier auf den Bildern zu sehen, können die Raupen in sehr unterschiedlichen Farbvarianten vorkommen. An warmen Tagen im Oktober riechen die Weibchen den Baumstamm hinauf, um in die Knospen der Pflanzen ihre Eier abzulegen. Wir haben heute den 12. Mai und der große Frostspanner ist jetzt ca. 7 Tage bei mir. Und jetzt kann man schon beobachten, dass die Bewegungen sehr schwerfällig sind, dass er seine Beinpaare nicht mehr komplett vernünftig benutzt. Man könnte sagen, er sieht echt benommen aus. Das ist ein Zeichen dafür, dass er sich bereit macht, in der Metamorphose den nächsten Schritt zu gehen und zwar, dass er sich verpuppt. Ich denke mal, es wird nicht mehr lange dauern, vielleicht ein wenige Tage und wir werden euch die Puppe hier präsentieren können. Genau zu sehen, immer schwerfälliger, als wenn er sich überhaupt nicht mehr unter Kontrolle hat. Also diese raupenden Bewegungen, wie am Anfang des Videos, die kriegt er gar nicht mehr hin. mean? Ja, das geht ja. Wir haben heute den 16. Mai und wie bereits angekündigt hat sich die Raupe des großen Frostspanners heute morgen verpuppt. Leider bin ich etwas zu spät gekommen. Ganz am Morgen habe ich noch gesehen sie war noch in ihrem Normalzustand also im Ruhezustand und ja ich denke mal so anderthalb zwei Stunden später war es dann schon geschehen und sie war fertig. Leider konnte ich sie dabei nicht beobachten. So wir haben es jetzt 16.30 Uhr und es sind jetzt ein paar Stunden vergangen. Wie man sehen kann hat die Puppe diese typische Puppenfarbe angenommen. Von der Größe her ich würde mal sagen so 1,3-1,4 cm so ist sie groß ja so zum vergleich habe ich jetzt hier mal hinten die Puppe des großen Frostspanners und vorne die Puppe des kleinen Frostspanners und man kann dann auch erkennen wo der Name herkommt. Kleiner Frostspanner und großer Frostspanner. Ich denke mal das hat der große Frostspanner sich verdient. So zum Größenvergleich hatten wir ja eben gerade gesagt dass der große Frostspanner ungefähr bei ja ich sag mal so 1,3-1,4 liegt und jetzt gucken wir mal wo der Kleine sich befindet. Der Kleine hat ungefähr eine Größe von ja ich würde mal sagen 0,9 also knapp 9 mm ist der große Puppe. Ja das war es dann noch schon. Ich danke euch für ich danke euch fürs zuschauen und ich hoffe es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Like, subscribe, and share. Love nature.